Wir haben uns heute hier versammelt, um unsere Solidarität mit den Bürgerinnen und Bürgern in der Ukraine zu zeigen, um ein klares Zeichen zu setzen gegen Krieg auf europäischem Boden. Ich bin wirklich begeistert. Wir haben gestern die Veranstaltung geplant, gestern dazu aufgerufen und es sind etwa 170 Menschen hierher gekommen, die hier alle stehen und die alle eines eint, nämlich der Wunsch nach Frieden in Europa und eben zu zeigen, wir sind solidarisch mit dem ukrainischen Volk. Wir sind fassungslos, wir sind fassungslos, weil ich glaube, niemand hätte bis Mittwoch auf Donnerstag gedacht, dass Putin tatsächlich einen so brutalen Angriffskrieg auf die Ukraine startet, dass er nicht nur die Semratistengebiete angreift, sondern die gesamte Ukraine. Das konnte sich niemand vorstellen. Und wir haben alle gehofft, die Bundesregierung, aber ich glaube auch die Bürgerinnen und Bürger, auch wir Grüne, dass wir mit diplomatischen Bemühungen irgendwie noch weiterkommen. Aber es hat sich gezeigt an irgendeinem Punkt, es geht nicht mehr mit Diplomatie, weil Putin einen Krieg begonnen hat und deswegen müssen jetzt andere Maßnahmen ergriffen werden. Und das sind eben einerseits Sanktionen, aber auch militärische Unterstützung. Es geht jetzt nicht mehr anders. Und ich finde ganz wichtig, humanitäre Hilfe, finanzielle Unterstützung der Ukraine und alle, die von dort flüchten, werden wir hier schnell aufnehmen und gut unterbringen. Das war eine Initiative, die ist, glaube ich, entstanden irgendwie im Kreistag, wo die ganzen Parteien ja zusammen sind. Und ich halte das für ungeheuer wichtig, denn das ist ja eine Sache, die uns demokratische Parteien eint. Wir alle stehen für die Werte Europas, für Frieden, für Demokratie und für Freiheit. Und deswegen gehen wir auch zusammen auf die Straße morgen und haben eine gemeinsame Resolution verfasst, die wir morgen hier verlesen werden. Auch die Kirchen werden dabei sein. Und das brauchen wir jetzt, eine breite gesellschaftliche Bewegung und eben auch eine gemeinsame Bewegung und eine gemeinsame Haltung aller demokratischen Parteien hier in Deutschland und im Vogelsberg und in Hessen. Ich bin 67 und ich gehöre zu einer Generation, deren Eltern Krieg noch live erlebt haben. Wenn ich so rumgucke, sind viele Leute in meinem Alter, auch Sie kennen das noch, auch Sie haben Eltern gehabt, die aus ihren Väter oder ihre Väter oder Großväter waren im Krieg. Sie sind teilweise vertrieben worden. Sie haben das alles mitgemacht, was in der Ukraine jetzt passiert. Und sicherlich haben Sie das zwar nur mittelbar erlebt, aber Sie können sich aus den Erzählungen immer noch vorstellen. Und Sie haben es wahrscheinlich genauso wie ich im Gedächtnis, was unsere Eltern uns erzählt haben, was da war. Wenn Sie überhaupt was erzählt haben. Und ich bin der Meinung, das passiert jetzt wieder. Das ist nicht irgendwo auf der Welt, das ist in Europa. Und dieser Pumpe kann wahnsinnig schnell überspringen. Und dann wird es uns betreffen, unmittelbar betreffen und nicht mehr mittelbar, wie aus den Erzählungen meiner Eltern. Und deswegen ist es wichtig, dass wir hier stehen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir einfach nur uns zeigen, auch wenn wir wissen, dass wir einen Herrn Putin im Augenblick nicht auffassen werden. Das, was damals meinen Eltern passiert ist, entweder in den Krieg und erst in den 50er Jahren zurückgekehrt oder aus der Heimat vertrieben, das darf hier in Deutschland und hier in Europa nie mehr passieren. Warum stehen wir jetzt hier heute? Manche Leute haben in den letzten Tagen gesagt, wer nimmt das wahr, wenn ich mich in Lauterbach auf die Straße stelle? Das juckt doch einen Putin nicht. Aber keiner von euch steht hier alleine. Wir stehen hier zusammen. In ganz Hessen gehen hunderte, tausende Menschen auf die Straße. Und in ganz Europa gehen Millionen Menschen auf die Straße. Europa steht jetzt zusammen. Alle Menschen in Europa, alle europäischen Länder stehen zusammen, um einzustehen und zu kämpfen für unsere gemeinsamen Werte. Demokratie, Freiheit und Frieden. Für uns hier im Vogelsberg ist diese Entwicklung, was die Bundesregierung beschlossen hat, auch Defensivwaffen zu liefern, eine schwierige. Denn viele erinnern sich noch daran, im Kalten Krieg, in den 80er Jahren noch, fanden hier jeden Herbst Manöver statt. Und die Bedrohung im Kalten Krieg, ganz nah am eisernen Vorhang, war für uns immer sehr greifbar. Und es war eine große Erleichterung und Befreiung, als diese Bedrohung wegfielen. Und keiner von uns hier, glaube ich, hätte sich vorstellen können, dass wir nochmal einen Krieg auf europäischem Boden erleben müssen. Dankeschön.